Du bist, und das muss ich jetzt wirklich sagen, es ist vielleicht ein bisschen schwierig in dieser Atmosphäre darüber zu reden, aber ich möchte meine, 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 wirklich, ich bin wahnsinnig beeindruckt und ich möchte mal meine Freude darüber ausdrücken, dass jetzt so viel wieder von dir zu sehen sein wird, denn du bist jetzt hier gleich mit mehreren Projekten, du hast jetzt einen Film gerade gemacht, ich muss kurz sagen, mit Jesse Eisenberg, den kennt man natürlich aus vielen Hollywoodfilmen und so weiter, und der heißt Resistance, dieser Film, und das ist, mir ist es jetzt wirklich ein Anliegen, darüber zu sprechen, weil das eigentlich eine unerzählte Geschichte, oder nicht unerzählt, aber nicht so groß erzählte Geschichte ist, wie ich es eigentlich verdient hätte, jetzt gibt es diesen Film, und du spielst da fantastisch, und erzähl mal ganz kurz, worum geht es da, auf was kann man sich da freuen? Also in dem Film geht es eigentlich, ich wusste, es gibt den Pantomime Marcel Masso, es gab ihn, und ich kannte Marcel Masso nur damals, Schauspielschule, ich war auf der Schauspielschule, ich hatte Pantomime-Kurs, Freitagnachmittag, Marcel Masso, natürlich. Das ist so, als wenn man in einem Raum ist, der nicht da ist, genau. Weißes Gesicht, gestreiftes Hemd, so. Genau, aber er war sozusagen der Beste seiner Zunft, und ich wusste aber nicht, dass der, als er jünger war, in Lyon beim Widerstand gekämpft hat im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis, und ganz, ganz viele jüdische Waisenkinder gerettet hat, indem er sie versucht hat, in die Schweiz zu bringen. Und damals gab es in Lyon einen Mann, der hieß Klaus Barbie, den ich spiele, der sozusagen von Hitler angesetzt wurde, den Widerstand in Lyon zu brechen. Und es geht genau um diese Geschichte, wie Marcel Masso versucht, diese Kinder zu retten. Also ich muss wirklich sagen, eine Geschichte, die kennt man, die weiß man, wenn man sich damit auseinandersetzt, aber so in dieser Form, in dieser Größe noch nie. Und ich muss sagen, man hat ja irgendwie, gefühlt habe ich irgendwie lange nichts mehr gesehen von dir, weil du die ganze Zeit irgendwas gedreht hast, ne? Du warst halt weg und hast, wir werden auch noch über was anderes heute sogar sprechen. Ja. Und ich habe letztens gehört, du hast gesagt, in zehn Jahren willst du einen Oscar haben. Hast du irgendwo gesagt, in zehn Jahren? Ich habe es so gelernt, dass man sich so ein Ziel setzen muss. Wenn man jetzt sagt, ich hätte gerne irgendwann mal einen Oscar, das ist so ein unkonkretes Ziel. Aber genauso wie man sagt, ich laufe jetzt einen Halbmarathon, oder ich nehme mal 100 Kilo ab, oder ich schreibe jetzt mein eigenes Buch, sei es nur 20 Seiten, und zwar in einem Jahr. Und da habe ich mir gesagt, okay, mit zehn Jahren, dann bin ich 50. Was krass ist, dass ich in zehn Jahren 50 bin. Ich sage es nur mal, auch wir, wir kennen uns ja alle noch, da waren wir ja, also, das war fast Kinderarbeit, was wir da gemacht haben. Das war dann, ja, genau. Ja, und... Aber wie ist denn das? Weil ich will, guck mal, wenn man jetzt so sagt, okay, ich möchte jetzt, so ein großer Traum, ich finde es ja interessant, dass man das einfach so sagt, auch öffentlich ausspricht, den gewissen Druck auch aufbaut auf sich selber, und, ähm, wie stellen wir sich das vor? Man will jetzt, du bist ja jetzt unser neuer Mann in Hollywood, Ralf Möller bringt es nicht mehr. Nee. Man braucht einen neuen Mann in Hollywood, das könntest du sein, wenn du dich jetzt ansprichst. Wie, wie klopft man da an in Hollywood, macht man es wie die Katzenberger, geht einfach hin, verteilt Visitenkarten, oder wie läuft es? Also es hat, also, man, ja, also, oder man kommt nackt zum Casting. Und dann redet man auch, nee, äh, das war wirklich, äh, ich hab einen sehr guten Agenten drüben in Amerika, der mir sehr viel hilft. Ja. Und, ähm, ja, es ist ähnlich wie hier, man fängt so von null wieder an, man, es kennt einen da drüben, keiner ist irgendwie cool, das ist, das macht total Spaß, und, ähm, man muss wirklich Klinken putzen, auch wieder so, hallo, mein Name ist Matthias. Ja. Sorry, what the fuck is your last name? Ja. Schweizer Hover? Ja. Schweizer Hover, ja? Yes, äh, say Matthias, äh, and, äh, oh, sorry, jetzt, ich rede jetzt zur Zeit wirklich jeden Tag Englisch, und, äh, es ist gar nicht so, ist wirklich, ich rede jeden Tag Englisch, ab 18 Uhr geht's los. Ja. Und, äh, dann kommt wie so ein Tick, ab 18 Uhr, egal, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall, dieser eine Schluck, ich hab lange keinen Alkohol getrunken. Es ist wirklich witzig, ne, was das mit dir macht. Geht jetzt schon wieder los, verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße, komm, wir, ähm, wir, ähm, wir, ähm, wie gesagt, haben später auch noch die Gelegenheit, über ein weiteres Projekt zu sprechen, ich möchte gerne noch mal, möchte gerne noch, das ist wie diese, diese Challenge, wo man da, ähm, wo man praktisch oben abtrinkt, wenn man die Mentors schon reingeschmissen hat. Ähm, was ich, ähm, möchte, ich möchte gerne noch mal einen Ausschnitt zeigen, aus diesem Film, äh, von dem du gerade gesprochen hast, Resistanz heißt er, ähm, die wirklich, die, die, die Heldentat von, ähm, Marcel Marceau, ähm, was er da gemacht hat, wie er das gemacht hat, und wie das alles aussieht, zusammen mit Jesse Eisenberg, hier sehen wir noch mal Matthias Schweighöfer in Resistanz. Zeigen Sie mir Ihre Hosentaschen. Zeigen Sie sie mir. Das ist nur ein Löffel, hier Geld. Was ist das? Ein Bart. Sie machen Scherze über den Führer? Nein, bei allem Respekt, Herr Offizier, das ist ein Charlie Chaplin Bart. Ich glaube, es ist wichtig für die Kinder, dass sie in diesem, diesem Krieg was zu lachen haben. Wichtiger, guter Film, Resistanz, guckt euch das gerne mal an. Ähm, du hast auch direkt, wirklich, du hast aufgespart mit Projekten. Ja. Du hast ganz, ganz viele verschiedene Sachen gemacht, und aber alles in Amerika. Alles komplett in Amerika. Und ich finde, da ist ein gewisser Druck, der da auf dir lastet. Wenn du jetzt... Inwiefern? Inwiefern ist da Druck? Ja, weil du bist ja so eine Art Außenminister jetzt für uns. Du musst ja irgendwie, wir haben jetzt nicht so ein gutes Image in der Welt draußen, ja? Gerade in Amerika gelten wir jetzt nicht als die superwitzigen Typen und so weiter. Und du musst jetzt irgendwie, mit dem, was du da machst, und wie du dich da verhältst, musst du letztendlich auch einen guten Eindruck für uns dahinter lassen. Das, und das werde ich tun, mein Lieber. Ja, du hast jetzt Army of Thieves. Das ist ein Film, der auf Netflix laufen wird, aber ziemlich fett und groß alles. Zack Snyder hat das mit dir gemeinsam gemacht. Oder erzähl mal ganz kurz, wie ist das da zusammengekommen? Was genau ist das für ein Projekt? Was Army of Thieves angeht, für mich ist das so ein bisschen so ein Ding, weil ich habe mir gedacht, ey, es ist ein internationaler Film, es ist... Ja, ja, Netflix. Und ich würde das gerne, also wenn wir das Interview darüber machen wollen, würde ich jetzt gerne eher das Interview auf Englisch wechseln, dass ich auf Englisch weiterrede. Und dann... Ja, okay, 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 let's go, okay, what do you want to know? Was möchtest du wissen? Okay, also, Army of Thieves ist ein, ja, finde ich erst mal spannendes Projekt und mich interessiert natürlich, auf was können wir uns da freuen? Was spielst du da und was ist das für eine Art von Projekt, Matthias? Das ist eine sehr gute Frage, danke sehr. Army of Thieves ist das Prequel zu Army of the Dead von Zack Snyder. Und ich spiele einen Safe-Knacker namens Ludwig Dieter. Ludwig ist auf Deutsch natürlich schwer auszusprechen. Okay, okay, I can do this, come on, you can do this, Matthias. Das ist ein Film über einen Raub mit sehr viel Action, romantische Elemente, tolle Schauspieler, schöner Film, witzig. Richtig Wetten-Das-Stimmung hier, ne? Ey, du musst da gleich, das ist eine richtige Wetten-Das-Stimmung, gleich muss noch irgendeiner mit dem Bagger seine Frau ausziehen. Irgendwie so ein Norbert aus Pforzheim. Und am Ende, das ist sehr gut. Und da musst du natürlich zum Jet, weil du irgendwie direkt weiter musst, wieder nach Hause, nach L.A. Das versteht Matthias jetzt gar nicht. Sorry, can you repeat it? Wieso, wir haben noch eine Übersetzung gekriegt? Ja, 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 guten Morgen. So, natürlich funktioniert das so, du kriegst alles mit, ne? Plane, ja. Ja, ja, Flugzeug. Das ist, finde ich auch persönlich interessant, jetzt musst du die ganze Zeit, Du bist ja wirklich, du bist eigentlich, von der Persönlichkeit her, eigentlich nicht gemacht für eine internationale Karriere, weil du Flugzeuge hast. Und enorme Flugangst hast. Wie machst du das denn? Ja, ähm, äh, sorry, ich hab's geliebt damals. Immer diese, die ganze Sendung ging in den Arsch durch diese Übersetzung, weil man immer noch so, du hast sie gesehen, er hört definitiv zu, der Gast. Yeah, that's a great question. Ja, das ist eine sehr gute Frage. I worked, you know, I did therapy. Ich hab mich hier in Therapie begeben und das hat wirklich geholfen. Das hat lange gedauert, aber ich hab's echt verdammt nochmal geschafft. Verdammt nochmal. And, yeah, and I'm really proud of myself, you know. Und ich bin stolz auf mich. I'm a proud, sexy motherfucker. Ich bin ein stolzer, sexy Typ. Stolzer, sexy Typ hat er aber nicht gesagt, lieber Übersetzer. Wir gucken mal ganz kurz rein. Army of Thieves, ja? Wir haben jetzt viel drüber geredet, aber wie sieht's denn aus, wie fühlt es sich an? Hier kommt ein kleiner Ausschnitt. Little bit of the thing. Achtung, fertig und los! Ludwig Dieter, Safeknacker der Extraklasse. Und es ist entschieden, wir haben einen Gewinner! Wir haben dich beobachtet. Ich gehöre zu einer Gruppe, die weltweit Banken ausraubt. Und du sollst bei uns mitmachen. Aber warum nicht? Ich bin kein Krimineller. Die Welt ist abgelenkt. Diese Gelegenheit hier ist nicht nur für uns die einzige Chance, sondern auch für dich. Wie ist das, wenn man sich selber synchronisiert? Sorry, I have to switch to German now. Just to make that crystal clear, this question I have to answer, I have to do it in German. Diese Frage muss ich auf Deutsch beantworten. Das ist, glaube ich, für alle okay. Okay, ist für alle in Ordnung, ja? Das ist so absurd, wenn man einen Film, wenn man den Film dann, also wir haben so synchronisiert, und dann waren wir irgendwann in London und haben den Film gemischt, weil Hans Zimmer hat den Film, ist der Composer von dem Film. Und wir waren in London und haben den Film gemischt. Sagst du mal eben so, das ist der größte Composer Hollywood jemals. Hans Zimmer macht Musik für ungefähr jeden riesengroßen Film, den man jemals gesehen hat, ja? That's the biggest composer in the world. Ja, das ist der größte Componist der Welt sogar. Und auf jeden Fall, aber was wirklich absurd war, irgendwann standen wir dann hier in Berlin im Hohenzollern-Damm im Synchronstudio und ich guckte so auf, weil wir mussten das auf Englisch ja auch synchronisieren und ich, also auch noch mal alles, was so ein bisschen im Film falsch läuft und man muss so ein bisschen nachsynchronisieren, nachjustieren, auch das Englisch, und dann stand ich irgendwann im Synchron und dann haben die gesagt, Matthias, es sind so 450 Takes, also das heißt wirklich fünf Tage, zehn Stunden synchronisieren. Und irgendwann stand ich da und ich dachte so, wenn ich jetzt die ganze Zeit meinen Film selber so synchronisieren muss, klingt das doch richtig scheiße. Ja. Aber ihnen hat es gefallen und deswegen, ja, aber es ist total absurd. Man wird verrückt, wenn man so was machen muss, weil das so eine kleine Fizzle-Arbeit ist, die natürlich mit dem Schauspieler zu tun. Wie war die Zusammenarbeit mit Hans Zimmer? Weil du hast ja auch hinter den Kulissen ein bisschen daran gearbeitet, ja, und dann kommt also dieser Komponist, der, was hat er zuletzt gehört, ein Wahnsinn-Soundtrack zu Inception, das war so eins der... Dunkirk, ne? Dunkirk und sonst, also wirklich alles, auch schon lange, lange, viele, viele Jahre. Die letzten Filme, die er gemacht hat, das waren einmal June, No Time to Die, der letzte James Bond und Army of Thieves. Also mit Hans zu arbeiten, war natürlich eine tolle Erfahrung. Er ist ein toller Typ, er ist ein fantastischer Kerl und ich bin wirklich stolz auf diese Arbeit, denn jeden Tag mit ihm im Studio, das war einfach fantastisch und die Filmmusik ist super. Das werdet ihr sehen, passt zum Film. Aber jetzt, einfach mal ganz ehrlich, ich ignoriere das jetzt einfach. Ist es, macht er das noch selber oder sitzt er da mit irgendeinem Typen da von ihm, den er gut findet, oder sitzt er da selber noch und klimpert dir da was vor und sagt so, machen wir das, oder? Das wirklich das Lustige ist, wir konnten den Film durch die Pandemie nur machen per Zoom. Ja. Und wir hatten ganz oft, war Hans in diesem Zoom-Call und der saß immer an seinem Klavier. Echt? Ja, der saß immer am Klavier und hat irgendwas vorgespielt und oftmals hat er dann so Sachen erzählt, auch von Gladiator oder auch von Pirates of the Caribbean und hat immer wieder irgendwelche Sachen eingespielt. Und aber was wirklich toll war, war, und es hat mich, ich hatte wirklich, ich musste wirklich weinen, wirklich, der hat gesagt, Matthias, pass auf, gib mir zwei Wochen und ich schicke dir die ersten zwölf Minuten, was ich mir überlege, wie die Figur im Film klingen müsste. Und dann hat er zwölf Minuten geschickt und das war so krass, als ich das gehört habe, wusste ich, okay, ich verstehe, dass das Hollywood ist. Das war so berührend, weil du hast gesehen, da ist eine Figur traurig, da ist eine Figur lachend, da ist Action, und ich dachte so, und das ist Hans Zimmer auf dem Film und ich glaube, ich bin, glaube ich, eine Woche durch die Wohnung gerannt. Versteht ihr? Die Kinder gewerkt, versteht ihr nicht? Hans Zimmer! Und das, äh, that was, that was, that was great. That was a great experience. Das war eine tolle Erfahrung. Äh, jetzt, nächste Woche oder irgendwann, bist du nämlich der erste deutsche Talkgast bei Jimmy Fallon. Oh ja. Ja, also eine amerikanische Late-Night-Show, ja. Und du wirst... Jimmy Fallon, ja. Sag mal, sag mal, du gehst da jetzt also hin. So. Und du bist da der... Unglaublich. Ja, es ist tatsächlich unglaublich, ja, genau. Also normalerweise, ich glaube, die, die, die Band, die heute hier ist, Milky Chance, die haben auch schon bei Jimmy Fallon gespielt, ja. Aber als, als Musiker ist das auch sehr, sehr besonders, ja. Ist aber vielleicht schon das eine oder mal vollkommen, aber als, als Talkgast noch nie. Das ist total krass. Hast du dir was, äh, ausgedacht? Weil, ähm, also da, da reicht dir nicht, ein bisschen Torte und... Also, ich, also ich, vielleicht mache ich so ein Lachspiel und ich trinke nur Wodka. Ja, also, äh, ne, wirklich, ich muss, ich muss ehrlich sagen, äh, gerade eben selbst hier und ich kenne euch so lange, ne, ich habe von denen auch einfach privat die Telefonnummern. Das ist so, wir können uns vor so einer Sendung auch absprechen, was wir niemals tun würden, aber, äh, ich war trotzdem so nervös, hier hinten auch, dass ich mir dachte so, nächste Woche bei Jimmy Fallon, also, ich scheiß mir ein. Ja, das ist, äh, kennst du, kennst du das? Das wäre das. Wolle ich gerade sagen, das bleibt in Erinnerung. Macht das doch. Ihr macht das doch, ja. Weißt du schon, was du da erzählen willst? Hast du dir jetzt schon überlegt, was du da erzählen wirst? Das kommt zu, ich habe noch gar nichts, ich werde, ich glaube, ich mache das im Flugzeug, ne? Das ist, das ist doch eine Lüge. Nee, wirklich, ich habe mir wirklich... Du sagst doch schon 100 Mal auf dem Klo und hast du getan als ob. Ich glaube, manche, also, es, vielleicht haben mich Leute in meiner Wohnung ertappt, Menschen, die mit mir in der Wohnung leben, dass ich manchmal so irgendwie abgedriftet bin und gesagt habe, well, you know Jimmy, you know what I'm doing. Das meine ich doch. Ist doch ganz normal. Würde man noch machen. Aber tatsächlich, ich bin ein Schweine aufgeregt. Also, ich werde auf jeden Fall schwarz anziehen, auch in der Sendung, weil... Ja, okay, das schon mal. Ja, da musst du... Kannst du uns... Ich fände es nett, wenn du zum Beispiel so ein Geheimzeichen machst in der Sendung für uns. Das könnte so sein zum Beispiel. Könntest du so einmal so geheim machen und wenn du es so machst, weiß ich, dass das so ein Geheimzeichen war für mich. Aber die vielleicht nicht, dass die Amerikaner orientiert sind, vielleicht könnte ich auch einfach nur so machen. Und dann... Sehr gut, ja, sehr auffällig. Da würde man denken, der zieht sich die Hosen runter. Ich nehme das. Okay. Das nehme ich. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, für alle, die jetzt sagen, ah ja, stimmt, Matthias Schweighöfer, den gibt es ja auch noch. Für alle, die sagen, jetzt, wo mir das wieder eingefallen ist, möchte ich direkt noch mehr. Ab dem 29. Oktober gibt es bei Netflix dann Army of Thieves. So heißt das Ganze? That's right. That's great. That's right. Du musst wirklich... Awesome. Das ist ja auch.